Seid willkommen zu einem neuen Abenteuer, zu einer neuen Folge Prey is Sick Mod in der verbesserten Blender Version. Dann schalten wir mal um. Wir befinden uns jetzt hier. Wir haben jetzt hier an so einem Turm da lustigst irgendwelche Peoples im Raum. Also wir haben so ein Fluggerät gehabt. Dann haben wir da so ganz gefährliche Teile da eliminiert. Nur jetzt sitzt mein... Aufpassen. Klar. Portal. Pray Godfather of Portal. Ja, so sieht das nämlich aus. Ich habe es noch nie gespielt. Ich kann mir über Portal nicht ein Urteil bilden. Nein. Shuttle verlassen. Also das ist wirklich eine gute Sache. Jetzt gucken wir mal, wo befinden wir uns eigentlich. In so einer Art Lüftungsschacht. Jetzt sind wir in diesem... Aha. Ach, du liebes Bissen. Sind das hier so kurze Teile? Ja. Oh, 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 oh. Ja, okay. Die sind jetzt hin. Die Musik wird dramatischer. Aha. Aha. Ja, Leute. Was heißt das? Muss ich jetzt da durch oder wie? Oder ist das gefährlich für mich? Das sieht gefährlich aus. Ah, okay. Das ist gefährlich für mich, das merke ich schon. Da muss ich mich wieder ein bisschen umdrehen. So, dann fliegen wir mal ganz schnell drunter. Ach, du liebes Bissen. Jetzt werde ich von dem Teil auch noch weggeschleudert. Okay. Man, ich komme nicht durch. Wahrscheinlich ist das auch gar nicht dazu gedacht, dass man drumherum fliegt, sondern bestimmt erst durchfliegt, wenn die Energie weg ist. So. Äh. Weiter. Mhm. Okay. Nee, da bin ich her. Oder wie oder was? Oh, Leute. Nee. Okay. Ja, das ist wirklich. Los, fett's durch. Jawohl. Ja. Ach, ist das übel. Okay. Okay. Den ersten Ring habe ich geschafft. Okay. Den zweiten Ring auch. Oh, war ja. Wo ist man? Man weiß gar nicht, wie man sich bewegen soll. Oh, mein Gott. Ja. Mother Earth. Ist das der Mond? Nee. Oder? Hm. Die Mondtextur sieht das nicht aus. Alter, was ist hier los? Wow. Unten drunter? Okay. Ja, müssen wir wohl hier durch. Was jetzt? Wo, wo, wie? Where do you think you are going? Geile Stimme. Wo muss ich jetzt lang? Da lang? Oder dort lang? Wo ist denn jetzt die Erde? Aha. Von da aus bin ich gekommen. Also hier lang. Where do you think you are going? Ja, ich goe nicht. Also ich gehe nicht, sondern ich... Hä? Ich fliege im Augenblick. Hier öffnet sich was. What, what, what? Wo war was? Wo war was? Ich habe doch einen Piepel gehört. Da unten irgendwo? Alter Schwede. Ah. Jo, fall mal runter. Boah, alter Schwede. Zustand der Außenhöhle ist noch gut. So, fliegt hier noch was rum. Jetzt geht das wieder auf. Wo ist denn hier so ein Landeplatz? Ist doch kein Landeplatz hier. Was, 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 was? Leute, 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 nee. Da unten. Da unten ist was. Ah, er hier. Kommen wir hier entlang. Aha. Hier kann ich nur mit meinem Spirit durch. Aha. Da unten ist ein Landeplatz. Verstehe. Ah, ich höre wieder so piepende Teile. Da sind sie. Oh. Tja, das kann vorkommen, ne? Shit. Wo sind jetzt hier die Roten? Da sind sie. So. Wo bin ich jetzt gelandet? Bin ich jetzt wieder? Nee, 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 nee. Bin ich ja ganz woanders. Okay. Ja, das Ding ist an. Ach, du liebes Bisschen. Hier war ich doch schon. Das heißt, ich darf noch mal raus. Okay. Na, klasse. Hätte ich mal abgespeichert. Hätte ich mal abgespeichert, liebe Leute. Jetzt muss ich hier wieder durch. Okay. Okay. So, dann müsstest du auch gleich. Richtig. Aha. Alter Schwede. Ich glaube, ich hier hängen. Okay. Super, klasse. Kaputt. Im Grunde genommen habe ich noch genug Energie. Ich gehe immer um die Hülle. Ja. Sorry, dass ich das jetzt nochmal wiederholen muss. Dafür mache ich schnell. Naja, so schnell sollte man auch wieder nicht sein. Ich hätte hier speichern sollen. Das werde ich jetzt an der Stelle machen. So. Ah, durch diese Teile. Durch ist ja übelst. Okay, habe ich den jetzt geschafft? Ja, habe ich geschafft. Gut. Okay. So, jetzt wieder aufgleich. Jawohl. Durch. Speichern. So, Zustand ist noch alles gut. So. Ah, hier ist ein Fahrstuhl. Okay. Genau, richtig. So eine Art Wechselding. Ah, das dreht sich so. Okay. Das haben wir vorhin nicht so genau gesehen. Dann hat sie ja noch gesagt, Where are you going? Was denkst du, wo du hingehst? So, dann geht es hier nochmal runter. Speichern natürlich. Sonst bin ich gespannt, ob die nochmal kommen, die Peepets. So bleibe ich nicht hängen. So, hier können wir nichts machen. Wir können hier nicht landen. Wir können hier nur sozusagen nochmal seitlich runter. Aufpassen, dass wir die Höhle nicht so zerstören. So, irgendwas war jetzt noch hier. Ach, da. Okay. So war noch so ein rotes Teil dort. Hier ist was zum Aufsaugen. Also zum Nehmen. So, ich glaube, ich habe hier alles weg. Okay. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist echt Hammer. Aber warum liegt das hier? Das bisschen das quadratische Gehirn. Oder der Gehirnwürfel. Magisches Feuer. Okay, hier ist wieder ein Portal. Jetzt will ich mal ein bisschen genauer arbeiten. Vielleicht war da hinten noch was. Hier ist nämlich auch noch ein Eingang. Und hier ist keiner mehr. Ja, dann gehen wir mal gucken, was wir hier haben. Aha. Mhm. Okay. So, ganz gut. Dann nehmen wir die Teile hier. Gut. Und ich kann natürlich auch hier wieder ein Portal öffnen. Gucken wir mal hier. Wo sind wir hier? Aha. Okay. Jetzt gehen wir mal auf nochmal auf die andere Seite. Okay. Kraftfild aktiviert. Aktiviert. Ist aktiviert. Deaktiviert. Ah, da hinten. Ach du liebes bisschen. Haben sich jetzt gleich diese People Star. Oh, 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 oh. Oh Mann, oh Mann. ich mache ihnen das ist am besten das bringt mich natürlich um die granate schmeißen man bleibt da nicht hängen verstehe hier bin ich ein bisschen geschützter oder auch nicht überall überraschung oben und rechts und rechts und rechts so wie jetzt mal mit roten kann ich hier durchs portal schießen tolle nummer das war echt suizidal ja saug mich rein ach der ist auf der anderen seite vom was war denn das jetzt eben für eine optische täuschung ich bin jetzt echt überwältigt so kam der hier irgendwie da unten so ich dachte schon ich werde jetzt getroffen aha okay hin wow was steht hier kraftfeld deaktiviert das hat man eben deaktiviert das ist gut wo sind jetzt diese anderen people star dieser schwebenden ja 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 ist im orientieren an dieser blauen Licht wird einfach mal genau machen wir das mal so diese entfernungs geschichte an ja jetzt sind wir wieder hier ok hat mir also nichts anderes übrig als doch noch mal hier zu gehen muss ich wieder auf so ein schiff und wenn ja warum natürlich weil das kaffelt ab deaktiviert ist muss ich mal eben gucken wo das war das kraftfeld das muss es da blinkte noch was okay noch einer nein hier ist schon wieder so ein gehirnwürfel am liegen super danke dir auch sehr wieder ammunition oder noch ein blaues portal ach ja das würde mich auch mal interessieren es gibt manchmal gelbe portal und blaue portale was ist der unterschied bitte einen kommentar da lassen und es gibt das neue kapitel die alten stämme die old reibs ja kaputt naja ich weiß nicht hängen bleiben er trifft mich da ist noch warten bis er wieder aufgeladen ist ist er jetzt hin ja jetzt kommt noch einer super gut das ist diese waffe gibt es ok ist hin perfekt ich habe mich denn da regeneriert ach hier sind noch so gänge die also solche leute nicht ne da ist ein heiz aber der wird sich wahrscheinlich noch aktivieren wenn ich hier durch den gläser gehe mit scannt da durch ok ist noch dicht ok das vieh ist auch kaputt speichern wir ja dann können wir eigentlich im grunde genommen diesen bläser puttschießen geht das nicht hahaha du liebes läuschen ok mal rüber gesprungen jetzt ist er aus ok ich aber wissen was hier noch ist ich nehme ich noch so ein schalterteil oh we seem to have lost alex during the commercial we seem to have lost alex during the commercial from oklahoma and we're right in the sky we claim that people are disappearing strange things are happening tonight folks you think someone's disappeared give me a call i still got my special line opened up and i'm going to extend it anyone in the southwest experiencing any of this strangeness tonight welcome caller you're on the air hey art i'm a sheriff's deputy in charlesbad new mexico that's right near roswell yeah about a couple hours south of there what's going on in carlsbad tonight officer well i just chased one of those red lights your last caller talked about it shot right through here it was up in the sky that's the weird part i saw what i thought was a speeder on the highway so i turned on my lights and i pulled out after it it was on the highway yeah like i said i thought it was a speeder so i hit my lights and went after it it slowed down but then all of a sudden it shot straight up about fifty feet in the air it shot up in the air wow yeah i got so freaked out i slammed on the brakes so what happened then that's the weird part so so a car let me get this straight a car flying into the air wasn't weird enough already well it came back down then and started to uh well kind of dance around my squad car for a few minutes it danced around your car yeah just just off the ground it get close and then back away and then sort of hop over the car i don't know what to make of it what happened then well it just vanished vanished yeah it vanished i didn't see it take off or anything it just vanished that's absolutely amazing you're telling me and this just happened just now just a few minutes ago there you go folks it seems like these lights are moving around the southwest in other words oklahoma texas now new mexican wonder if we're gonna see something around my neck of the desert soon one thing's for sure this is one weird night i'm gonna take a break but we'll be back right after the top of the hour with more of your calls yeah und wieder ein tribute to art bell god hab ihn seelig gut hier ist noch was zu aktivieren wieder ein portal aha kann ich wieder saugen hier ich hab blitz geladen aber was zum geier ist hier los hier falle ich weg also geht es hier nicht weiter so meine vermutung ja ich weiß dann gehen wir mal hier wieder rum und zu diesem anderen da war nämlich noch ein gang und zwar diesen hier genau und hier müssen wir mal was aktivieren und zwar wie nennt sich das wandgang ne ja das nennt sich wandgang oh war ja speichern so da ich wieder so auf Entfernung bin aha wer versuchte sich mit dem salto zu retten oder ohne mich aha okay dann gehen wir mal hier durch die werden mir wohl nichts tun die sachen hier kann ich die laser ausschalten hier komme ich nicht durch das heißt ich gehe wieder zurück aber irgendwo ist noch ein kraftfeld aktiv ich müsste da rüber wo bist du wo bist du ha hammer hammer ich bin wieder einmal rum gegangen so wie das aussieht okay dann dürfte ich eigentlich loslassen aha ne bringt auch nix so da habe ich ja glaube ich eben raus upsa ausgeschaut ähm jep irgendwie müsste ich jetzt ne geht nicht gucken uh knapp ja schnuffi okay vielleicht sollte ich ja genau mal hingucken ich habe war der meinung das ding wäre jetzt kaputt gewesen ja jetzt sind wir hier richtig aha was können wir denn ausrichten hier okay okay der schmack ist er jetzt hin ich hoffe ach da ist er noch ein oh so fliegen aha die muss ich ja richtig super klasse das bringt auch nicht oh alter hat er mich erwischt tja ah mist jetzt ist er hin ne hoffe ich doch mal so schwebt hier noch was rum nein nein danke ach jetzt haben wir wieder so Laser oh yeah und da oben ist auch wieder einer der ist aber noch nicht aktiviert shit das Vieh ist kaputt gut ähm im Grunde genommen ach ja die schießen nicht die Teile okay ist wieder so ähnlich ergangen ja versteht da augen die aktiviert okay jetzt gibt es wieder hier so eine völlige verwirrung aha okay da stehe okay da kann man diesen wandgang hier auch aktivieren der geht da rüber hier stehe ich aber ich habe ja hier noch einen hint mal gucken ja da war das Vieh da oben am hängen und jetzt haben wir wieder ein Portal mal okay das ist ein Band garantieren wunderbar geschafft ah da ist noch einer und noch einer auch zwei ja okay hin wo ist der nächste der nächste ist nicht da und dann aktiviert und zurück ja okay ne ich muss da irgendwie durch nochmal aber ich habe doch hier alles schon aktiviert mal gucken hier wo das lang geht und ich finde wir machen jetzt an dieser Stelle Schluss ich bedanke mich für euer Zusehen gebt mir einen Daumen und schreibt einen Kommentar wäre schön ich verabschiede mich und sage tschüss tschüss tschüss